Willkommen zurück, Leute, zu Donkey Kong Country Returns 3D. Ja, wir haben schon länger mit den Klippen angefangen, deswegen gehen wir da auch mal wieder hin. Ich weiß gar nicht, warum wir da gerade in einem anderen Level waren. Kann ich euch so nicht sagen, aber es wird schon... Ey, wir haben schon viel geschafft, oder? Tatsächlich. Die Bröselschlucht haben wir auch geschafft, Wahnsinn. Schiffsschaukel steht an. Ja, dann machen wir das mal. Und ich erzähle es hier jetzt auch nochmal. Ich nehme gerade mit neuem Mischpult bzw. Audio-Interface auf. Außerdem benutze ich jetzt auch wieder andere Kopfhörer. Bedeutet, ich höre nicht so klar, wie ich tatsächlich gerade... Wow. Wie ich tatsächlich gerade spreche. Das ist ein wenig ungewohnt, muss ich gestehen. Weil eigentlich war es immer so... Also ich benutze immer Kopfhörer, auf den ich mich halt selber auch hören kann. Also was heißt, ich höre mich nicht auf den Kopfhörern, sondern die sind halt so durchlässig, dass ich vernünftig hören kann... Boah, ist das ein Scheiß-Level. Krass. Dass ich vernünftig hören kann, wie ich rede und den ganzen Scheiß. Allerdings ist es bei diesem Mischpult halt so, dass ich so leise aufgenommen werde, dass ich hier auch ziemlich gut brüllen kann, ohne dass es stört. Und dann ist es auch nicht so wichtig, dass man sich selber hört. Also sich selber zu hören ist halt wichtig, wenn man... Ja, ich sag mal... Boah, wenn man nicht übersteuern möchte. Ich hab's zwar gerade schon gesehen. Ich sehe, ja, ab und zu bin ich so laut, dass es hier ein bisschen, äh... auf Clipping geht. Aber das ist... Wow, fuck, das schaff ich nie. Aber das ist, äh, dann immer noch so minimal, dass, äh, ihr das nicht wirklich hören solltet. Und da war mein altes Mischpult halt viel extremer. Naja. Auf jeden Fall gönne ich mir gerade eine schöne Aufnahme-Session. Also es ist sehr, sehr früh am Samstagmorgen. Und ich dachte mir, komm, nimmst du ein bisschen auf. Ich wollte eigentlich gerade Bravely Default aufnehmen und musste dann feststellen, Scheiße, da wolltest du eigentlich leveln. Hab ich aber nicht. Ah, dreckig. Da hatte ich mir ja schon längst vorgenommen, ey, ich hol mir mal einen neuen 3DS. Aber, also einen zweiten. So spielen, ey, die Stelle. Die Stelle könnte mich ganz schön mitnehmen, ja. Nein, wollte ich eigentlich mir einen 3DS holen, um den so ein bisschen so zu benutzen. Für private Zwecke. So zum Beispiel leveln. Oh, Mann. Vielleicht sollte ich nicht so übertreiben, wa? Vielleicht nicht. Ja, um da so ein bisschen privat, ein bisschen in Bravely Default zum Beispiel zu leveln oder MK7 zu spielen. Aber ich hab mir jetzt überlegt, meine Güte, komm. Du schließt diesen 3DS mal vom Kabel ab. Ich meine, wir durchtrennen jetzt einfach mal die Nabelschnur dieses 3DSs. Der ist ja eigentlich immer Der wird halt sehr, sehr Nein. Okay, da muss ich einmal zurück. Das wusste ich halt nicht mehr. Ah, der wird halt sehr, sehr pfleglich behandelt von mir. Keine Kabel werden rausgezogen und so. Weil es ist immer so ein bisschen das hat Gefahrenpotenzial, wenn man so ein Kabel rauszieht. Dass eventuell, was weiß ich, Kabelbruch entsteht. Oder ja, das wäre nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn die Capture Card dadurch irgendwie ähm einen kleinen Schlag wegbekommt. Boah, wie dreckig ist das denn hier alles? Ja, wenn die Capture Card einen kleinen Schlag wegbekommen würde, das wäre schon sehr dämlich. Ich meine, ich habe hier zwar Garantie drauf und so, also auf die Capture Card, auf den 3DS an sich nicht mehr. Aber auf die Capture Card hast du halt Garantie und von daher, kann ich nachher, wenn ich ein bisschen LPs suchte, kann ich dann schön bei Bravely Default ein bisschen rumleveln. Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Auch so an sich freue ich mich halt schon die ganze Zeit auf dieses Wochenende. Ich hatte mir so vorgenommen, boah ey, du schließt dich in deinem Arbeitszimmer ein und wirst du richtig, richtig geiles Soccer-Wochenende hoch 10 machen. Naja, der Freitag war jetzt noch nicht so spektakulär, weil ich auch noch ein bisschen mit diesem Mischpult am Kämpfen war. Da musste ich mich halt vorher drum kümmern und nein, 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 nein. Ja, das fand ich halt ehrlich gesagt alles andere als geil am Freitag. Ah, was willst du tun? So ist das Leben. Ich meine, dass etwas sofort funktioniert, davon kann man doch auch nicht wirklich ausgehen, oder? Also, ich zumindest nicht. Ja, und zum Thema einschließen heute klappt auch nicht, weil ich gleich nochmal in unseren guten alten Taylor Point in Bram schon muss, weil meine externe USB-3-Festplatte hat den Geist aufgegeben. Also, ich habe zwei, eine, die ist mit Akku, was heißt mit Akku, mit Netzteil, so eine 2 Terabyte und ich habe eine 1 Terabyte, wo die Aufnahmen immer landen, damit ich die an den Render-PC bringe. Und, ups, da ist halt, ey, wie soll ich da denn hinkommen? Wie soll ich, wobei, da kann ich doch eigentlich sofort rüber springen, oder nicht? Ist das möglich? Bin mir da gerade unschlüssig. Ähm, ja, eine 1 Terabyte, die hat halt kein Netzteil, die kannst du einfach so schnell von einem PC zum nächsten bringen. Ist ganz cool. Deswegen nutze die halt für solche Geschichten. Ich muss ja jeden Tag im Grunde Dateien von diesem PC zum anderen PC bringen und bietet sich das einfach komplett an. Naja, auf jeden Fall hatte ich irgendwie einen Wackelkontakt. Und so macht es das Ganze für mich ein bisschen unnütz, muss man einfach sagen. Boah, wie schwer ist das denn? Ich weiß noch nicht mal, wie ich das machen soll. Oh, dreckiges Level. Das ist jetzt wieder so, alle sind genervt, ne? Der krallt nicht, was er da machen muss. Aber ich, ja, wie gesagt, ich, ich ralle es halt gerade tatsächlich nicht. Und an solchen Stellen bin ich dann einfach ungeduldig und dumm. Ja, so ist das Leben. Krass. Schade. Also wenn ich heute mal so ein bisschen ruhiger bin, dann kann es auch mit daran liegen, das sind die Kopfhörer tatsächlich. Wenn ich mich selber so dumm höre, ist es extrem anstrengend zu RP'n. Ah, vielleicht benutze ich doch wieder die anderen Kopfhörer, ich weiß es nicht. Meine gewohnten Kopfhörer, aber ich möchte eigentlich ganz gerne diese hier nutzen, weil die sind auch nicht schlecht. Gerade beim Gaming-Sound sind die cooler als die anderen. Das sind Probleme, das sind echte Probleme. Wahnsinn. Seid froh, wenn ihr die nicht habt. Ist richtig übel. Halt dich fest. Genau. Gott sei Dank. Egal was passiert, ich will bis zum Checkpoint kommen. Ich will bis zum Checkpoint kommen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Da gehe ich auf Nummer sicher. Ja, ich werde mich jetzt einfach hier dran gewöhnen. Meine Fresse. Gewöhn dich dran Wolle. Ist alles halb so wild. Oh, bitte. Ich wollte gerade sagen, ja, und das ist das Checkpoint-Schwein. Jetzt erstmal wieder scheißegal, was hier passiert. Wir sind weiter. Dementsprechend relativ uninteressant. Nein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich jetzt ärgern würde, wenn dieses Checkpoint-Schwein nicht kurz vorher gewesen wäre. Weil er an so einer dummen Stelle zu sterben. Naja. Wieso passiert sowas? Man ist ein bisschen in Hektik, will ich jetzt nicht sagen, aber du bist so ein bisschen in... Ja, du denkst, das muss jetzt so. Muss Oh, ich will immer... Ich will halt jedes Mal da noch einen ganzen Arsch weiterspringen. Ja. Ich weiß, heute ist schrecklich. Ich weiß, Leute, ich weiß es wirklich. Aber verzeiht mir das bitte, das sind einfach... Das sind einfach gerade neue Einwirkungen auf mich. Ich weiß, dass ich extrem leise aufgenommen werde. Das nervt mich so ein bisschen noch. Noch, es nervt mich halt noch. Ja, es nervt mich noch. Das legt sich dann halt auch wieder. Wenn du dich daran gewöhnt hast, dann ist das eben so. Aber am Anfang... Okay, da muss ich wieder zurück. Gut. Aber am Anfang nervt es dich halt. Einfach. Und... Ja, ja. Das ist einfach gerade alles ein bisschen viel für mich. Oh, mein Gott, der arme Wollo, der ist ja so... Der hat es so schwer. Ja, danke. Danke, dass du das einsiehst. Dass ich es schwer habe. Muss ja auch mal jemand einsehen, ey. Wo jetzt aber, ne? Kannst sagen. Halt dich fest. Nein. Oh, Mann, ist das ein Scheiß-Level. Boah, das ist auch wieder so ein Level, das habe ich doch nur geschafft, weil ich Diddy hatte, oder? Also, ganz ehrlich. Mit Diddy? Supergeil. Oh, Kotze. Mit Diddy supergeil, aber so mit Donkey ist das ein Level, das macht gar keinen Spaß. Macht gar keinen Spaß. Das Spiel soll auch Spaß machen, dachte ich. Ah, ja, das Spiel macht ja auch meist Spaß, aber solche, ich finde halt solche Stellen hier relativ fies, wenn ich nicht mehr sicher weiß, wie das war. aber das finde ich dann schon, boah, ist das eine dreckige Rotzstelle. Vielleicht sollte man da doch einfach abwarten, ja, das Abwarten ist immer besser, Abwarten ist einfach immer besser und nichtsdestotrotz macht man es so selten. Warum? Warum ist man denn so? Ich habe doch Zeit, ist doch nicht so, dass ich jetzt, ich bin doch gar nicht in Eile oder so. Scheiß, ich habe alle Zeit der Welt hier, alle Zeit der Welt ist übertrieben, aber ich habe den ganzen scheiß Samstag großen und ganzen nicht viel zu tun. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, töte mich nicht. Okay. Oh, das war dumm, das war dumm. Aber auch nicht so dumm, okay. Regeln wir das hier mal? Wunderbar. Okay, was? Nein, nein, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht, das wusste ich doch nicht, ist mir egal, ist vorbei, Bäm. WTF, ey. Oh, so am Übertreiben, so eine Scheiße. Wie soll das? Ich hasse das, sowas hasse ich tatsächlich, also wenn die so entkrass werden müssen, Klippenkletterei, ich bin mir jetzt echt unschlüssig, ob ich das jetzt noch mache in diesem Part, weil eigentlich nicht eigentlich nicht. Ich habe gerade so das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich, das haben wir noch nie versucht, oder? Den furiosen Fässerflug? Ne. K-technisch bin ich ja immer noch hier. Ja, komm, da wir noch, wir haben ja, der Part ist noch so jung, dass ich noch kurz Zeit habe, den werde ich jetzt einfach mal die pikselnden Präzisionen noch mal Präziosen, Präziosen, das sind keine Präzisionen, das sind Präziosen, ja. Noch mal ganz kurz testen. Lass uns doch einfach noch mal ganz kurz testen. Wie war das denn hier alles noch mal? Okay, der Anfang war halt so, guck mal, das weiß ich sogar noch, ne? WTF? Hat er so oft gemacht, dass er das noch weiß? Es war dumm, es war dumm, ja. Komm, drei Leben einfach, drei Leben eben schnell. Drei Leben eben schnell verjubeln, das macht so viel Spaß und macht mich froh. So. Ja, komm. Nein. Ah, Mann. Kann man sich durchaus gönnen, aber das ist auch so ein Level, wirklich, das ist mehr was für, ja, also das, machen wir vier Leben raus. Das ist wirklich mehr was dafür, wenn man noch jemanden dabei hat, äh, mit Co-Kommentator, macht mir das, ehrlich gesagt, wesentlich mehr Spaß und ich könnte mir auch vorstellen, dass es euch auch mehr Spaß macht, wenn da ein Co-Kommentator dabei ist. Ich doch schon zugeben muss, dass mich das hier gelegentlich ein wenig ablenkt. Auch wenn der Skiller jetzt gerade hier wieder voll zuschlägt, wäre natürlich lustig, wenn ich das jetzt einfach schaffe. Aber, ja, machen wir uns da einfach mal nichts vor. Ich finde, man sollte sich nie etwas vormachen, sondern, ne, man darf natürlich, nein, 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 okay, ist egal. Man darf natürlich träumen und so, ganz klar, aber nichtsdestotrotz sollte man da doch bei der Wahrheit bleiben und die Wahrheit ist, das schaffe ich jetzt nicht. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder, bis dann und ciao.